Krimmer, LKA, was ist denn hier los? Wer ist tot? Orkan Erdem. Der Fußballer. Der Topspieler der Butsch-Nationalmannschaft. Sie werden den Fall Orkan Erdem gemeinsam leiten. Ich brauch kein Kindermädchen. Eine Menge Leute haben einen Hals für Erdem. Die ganze Stadt ist ein Pulverfass. Sieh zu, dass niemand ein Streichholz dran hält. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir ratzfatz. Ein Rassenkrieg an der Backe. Wenn eine Sache schief geht, geht alles schief. Ein Murphy's Gesetz? Ist nicht ein Murphy's Gesetz. Nicht? Nee, nicht. Ich weiß nicht, ob ein Ruf. Aber am Ende machen wir den Täter klar. Das garantier ich dir. Noch nie eine Linie überschritten. Ich stehe gerade an einer. Sieht aus, als hätten sie uns erwartet. Was hast du getan? Was ist denn los? Die Musik zu laut oder was? Die Polizei fährt verstärkt Streife. Ich hab wirklich Angst. Ist gut. Fällt dich im Leben. Dass ich dich mag, weil du mich an die Frau aus meinem Lieblingsfilm erinnerst. Welcher? Baby. Aus Dirty Dancing. So ein Unsinn. Typen wie du schau nicht Dirty Dancing? Was ist die Arten aus dem Klo? Vielleicht so eine Art Fight Club. Die fracture. 0 1994. Oder auch die Frau aus dem Klo? Die Gediezmung. Das ist das stimmt. cheapest. Jeder ist das stimmt. Was ist das stimmt. DESboro ‑‑